Ich bin zur Dunkelheit geworden, sie hat Besitz von mir ergriffen, von der Gesellschaft ausgestoßen, gemieden, abgelehnt, aber ich werde mich rächen. Es gibt jetzt nur noch einen Ort, an den ich gehen kann. Tja, das ist merkwürdig. Na los, erzähl Mojo, was du auf dem Herzen hast. Also, ich möchte mich an denjenigen rächen, die mich so schändlich verraten haben. Deshalb habe ich mich an den einzigen gewandt, der weiß, wie es ist, wegen seiner Abscheulichkeit abgelehnt zu werden. Mojo ist nicht abscheulich, er ist nur nicht gerade süß. Ich schlage vor, dass wir uns zusammentun. Ich könnte deine böse Begleiterin werden. Nein, geht nicht. Mojo agiert nur allein. Er hat keinen Platz für Handlanger. Ähm, du hast ein Stockbett. Ah, dieser aggressive Verkäufer! Was hältst du davon? Hm, meinetwegen. Wir beide verwüsten dieses erbärmliche Tarzville. Ja, und vielleicht können wir auch endlich diese Powerpuff Girls vernichten. Was hast du gesagt? Oh, äh, gar nicht.